Du siehst echt verdammt attraktiv aus. Danke dir. Du auf jeden Fall auch. Danke. Darf ich dir eine ehrliche Frage stellen? Na klar, dafür sind Dates doch da. Ja, ich frage das normalerweise beim ersten Date gar nicht, aber wie ist denn dein Bodycount? Was heißt denn Bodycount? Naja, wie viel du schon... Okay, das wurde ich beim ersten Treffen wirklich noch nicht gefragt. Verbrauch, du musst auch nicht antworten, wenn du nicht magst. Alles gut, ich finde es offenbar ist gut. Eins. Du hast erst eine... Ja, und ich finde das ist schon viel. Oder hast du... Bei wie viel bist du? Fünf oder sechs würde ich vielleicht schätzen. Holy, okay, dann fühle ich mich gleich weniger schuldig. Das ist gut zu wissen. Warum so ein gut aussehender Typ wie du? Warum hast du erst mit einer Person geschlafen? Geschlafen? Ich dachte, wir reden die ganze Zeit von oben gebracht. Jetzt ergibt der Dialog, wenn man das so mal anguckt, ergibt es Sinn. Ja, scheiße. Und ich kann jetzt noch nicht mehr schlafen. Schlafen, ich kann es nicht mehr schlafen.